einen wunderschönen guten tag zu dacca dacca tv mit dem nächsten podcast die a40 connection ist am start moin imotec ja moin rene sei begrüßt ja wie geht es dir denn heute an diesem wunderschönen spätsommer tag ein traum also es ist schön draußen muss ich einfach mal sagen es ist einfach nicht heiß und trotzdem sonnig und du kannst das gemütlich sitzen top so hat sich der imperator terra vorgestellt richtig bevor es eine komplett vorgesehen gekleisterte makropol welt geworden ist wo nicht ein grüner baum mehr steht genau ja genau bis die letzten ozeane verdampfen ja aber so ist ist noch ein bisschen ist noch ein bisschen hin muss man sagen also schlimm ist es hier noch nicht wir haben heute ein thema ein kontroverses thema weil wir da ein bisschen unterschiedliche meinungen auch zu haben wir suchen uns seit hin und wieder ja auch wirklich mal aus weil da kann man halt so entsteht so entsteht ja ein diskurs und das ein diskurs ist immer gut ja bis 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 da bist du da d'accord ja diskurs ist das beste ja immer einer meinung sein ist auch langweilig eben genau und wir gehen heute auf das englische oder denglische wort spammen spammen böse oder ja ja ganz böse kenne ich schon ganz lange hat man früher bei war immer fette sie auch machen können also es gibt schon das gibt schon so lange also so wie war immer gibt genauso sieht es aus und darf ich ganz kurz anfangen rené sag doch mal was ist denn spam ja spam ist und das ist mein beispiel auch zum anfang ich bin stolzer besitzer von sieben geschwügelten geflügelten schwarmtyranten und das ist spam und ich finde damit ist alles gesagt wir können diesen podcast an dieser stelle beenden ja dann schüss und schönen tag noch ja der auch komm gut nach hause ich sag erst auch mal wir ist jetzt natürlich nicht zu ende aber zu deinem satz fällt mir nur eine sache ein ja ja basta ist so selber schuld selber schuld meinst du dass ich jetzt die modelle im schrank liegen habe genau richtig ja ist nicht schlimm ich konnte denen die flügelchen abbrechen jetzt habe ich ja drei drei fußlager schwarmtyranten und drei geflügelter das passt und den einen den ich noch übrig habe das war so ein uraltes zehn modell aus der dritten edition also insofern das passt okay okay naja ja ist nicht ganz so schlimm wie ihr seid denn dazu gekommen dass ich mir sieben schwarmtyranten gekauft habe ja richtig das fangen wir doch einfach mal so an das war mal eine zeit lang in wenn ihr das war mal das war mal trend das ist so wie jeans ne gut jeans ist ein schlechtes beispiel wieder die sind immer in aber keine ahnung zwischendurch gibt es mal so eine mode dass man so rumläuft wie so ein müllsack ich glaube das ist aktuell auch wieder so und müllsack mode ja und genauso war es mal mode sieben schwarmtyranten zu spielen und zwar anfang der achten edition als man alles durfte also entweder man hat sieben schwarmtyranten gespielt oder ich glaube 500 brimstone horrors das war so der das der gegenpart dazu das auch heißer scheiß genau mit 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 50 smites wunderbar ihr wisst schon wo ihr hört schon worauf es hinausläuft ja spam ist erstmal ein modell ja so oft spielen wie man es darf früher durfte man gab es die rule of three noch nicht ich glaube die wurde aber während der achten dann eingeführt oder ja wurde die dann eingeführt man muss das dazu sagen davor gab es ja dieses etwas das nannte sich armeeorganisationsplan genau da konntest du dann einfach drei unterstützungseinheiten einpacken das waren halt maximal dreimal derselbe panzer ja also das war schon in dem sinne auch eine rule of three nur so ein bisschen verklausuliert halt ne genau ja warum hat man das gespielt man hatte nicht gespielt weil es schlecht war man hat sich dabei was gedacht geflügelte schwarmtyranten waren wahrscheinlich echt gut ne ja die waren eine zeit lang richtig richtig knorke mit so doppel dacca wo links und rechts irgendwie so ein oralfresser das konnte man mal richtig gut machen und den gegner dann richtig umnatzen ja du fragst die ganze zeit nach dem warum ja ich will ich will ja heute an die wurzel also der der oberflächlichste grund ist warum es ist erstmal du nimmst die stärkste einheit die du finden kannst im kodex und spielst sie so oft wie es geht ja also einfach um deine armee so stark wie möglich zu machen nimmst du die beste einheit und spammst die ja und dann wenn du damit fertig bist nimmst du die zweitbeste einheit und spammst die und dann die drittbeste einheit und spammst die das ist einfach erst mal so ein rein wenn es dir wirklich beim spielen nicht um schöne spiele geht sondern wenn es ja ausschließlich erst mal so ums gewinnen geht es wärmen schon ein vielversprechendes rezept ja ich finde so von der idee her nicht so viel vor nicht so ganz verwerflich wenn es halt um darum geht wirklich ja vielleicht mal ein turnier zu spielen oder man trifft sich einfach mal und will einfach mal wirklich hart spielen sage ich mal so finde ich finde ich da erstmal auch grundsätzlich ist da nichts falsch dran aber ja jetzt kommst du ja ich finde ich habe ich habe schon ja ein kritikpunkt daran der mir da da ein bisschen offen offen senke geht ich finde das dann auch ziemlich einseitig das ist dann halt auch wirklich das geht dann in richtung powerspirale und was nicht alles und immer immer die herzeste einheit zu spielen oder die stärkste einheit zu spielen wird dem spiel manchmal nicht so gerecht weil es gibt einfach auch viele andere schöne einheiten im kodex buch die einfach nicht gespielt werden dadurch und so gleichen sich doch viele ein armeen doch dann schon ziemlich ziemlich hart sage ich mal so jetzt sag ich sag mal so in der in der vorigen edition wo es noch ging 30 hell nicht nicht hellblaster sondern desolatoren ist das cool imothek jetzt mal auch davon weg dass das du die eigentlich nicht magst aber das ist natürlich einfach die beste einheit im spiel gewesen bei den space marines ja also cool was und wie definierst du jetzt cool also wenn du wenn du bleiben wir beim kompetitiven spiel wenn du auf ein turnier fährst dann weißt du dass jeder von deinen gegnern das also so ist zumindest der gedanke dahinter das maximale aus seiner liste aus seiner seiner fraktion irgendwie rausgeholt hat ja und wenn du dann sagst nee aber ich bin ganz netter ich spiele immer nur was schön fluffig ist ja das macht ja keinen sinn dann kriegst du einfach auf die fresse genau aber und deswegen so richtig richtig ohne deckung also die 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 fäuste sind runter beim boxen genau und jetzt kommen wir für mich zu dem zweiten argument was für das spannen spricht weswegen ich auch in teilen ich möchte das gleich noch relativieren aber in teilen bin ich auch freund vom spam und diesen grund hat mir schon mal diskutiert in einem podcast bei mir auf dem channel wo es darum ging eine einfache liste zu brauche zu bauen die trotzdem stark ist das ganze ist dann wenn du wenn du da einen spams ist auch vom spielerischen können her nicht so anspruchsvoll ja du allein schon was die profile angeht du musst dir wenig profile merken du weißt dann genau was diese einzelnen profile machen du brauchst nicht so viele synergien die so ineinander wirken wo jedes jeder teil deiner armee zu zu anderen teil irgendwie passt sondern es ist einfach dann ja es ist eine ist eine leichtere spielweise und das ist vielleicht auch für leute die jetzt vielleicht auch mal so das erste mal auf dem turnier fahren ist auch einfach das ist easy wenn du einfach ja dreimal den repulsor executioner spielst bei den space marines zum beispiel dann hast du schon irgendwie zwei drittel von deiner armee weg und das ist einfach einfach simpel also du brauchst da kein held der stunde zu sein kein ewig langer veteran der alle kniffe aus dem kodex irgendwie raus kitzeln kann und kannst trotzdem da gut mit auffahren okay das ist ja wirklich ein argument sage ich mal so was man jetzt durchaus gelten lassen kann das ist jetzt das ist ja nicht das ist ja überhaupt nicht von von der hand zu weisen ja im kompetitiven spiel bin ich dir auch ganz ehrlich da muss man schmerzfrei sein das ist ja das was du gemacht was was du was du meintest wenn du meinst mit na mit mit fluffig auf dem turnier was landen zu können und christian nachher aufs gesicht du erlebst schmerz da muss man sich ja nicht wundern genau so sieht es aus deswegen muss man halt auch diesen weg gehen also spammen ist immer so ist immer so eine so eine sache oder so ne spammen heißt ja mittlerweile einfach alles drei maximal dreimal ne ja für mich noch mehr über das da habe ich noch mal eben ja klar also für mich heißt spammen geht noch ein tick weiter als jeder einer die besten einer in drei mal zu spielen sondern man kann so ganze spam konzepte sich überlegen was meine ich damit zum beispiel kannst du dir ein turnierkonzept überlegen mit ich bleibe jetzt mal beim beispiel space means wo jede einheit die du auf die platte stellst ein zweier rüstungswurf hast dann spammst du quasi nicht die du kannst dann auch die einheiten dreimal spielen aber du spammst dann quasi eine eigenschaft von von deiner armee und der sinn dahinter ist dass du halt die meisten gegner oder viele gegner halt mit so einer geschichte überfordert es kann dann immer passieren wie bei steinschere papier dass du dann einen gegner erwischt der genau dagegen hat gerade richtig gut ist dann kriegst du natürlich total auf die fresse aber gegen ganz ganz viele konzepte bringst du den gegner vollkommen aus dem konzept weil wir wissen jetzt wie das ist wenn du nur auf eine zweier hose fünfer widerstand vierer retter und so über die platte rennst durch die deckung und so da kriegst du einfach so diese einheiten einfach sehr schwer weg oder eine andere möglichkeit zu spammen wäre es jetzt zum beispiel nur auf fahrzeuge zu gehen ich spiele einfach einfach nur widerstand zwölf modelle und damit hebelst du quasi die ganzen leichten waffen von deinem gegner hebelst du quasi komplett aus und die die werden komplett nutzlos und ein drittes beispiel ist was auch früher viel gespielt wurde du spielst die reine horde ja also du spielst einfach einfach 200 orc boys oder irgendwie sowas die sind jetzt gerade nicht mehr geil aber ich habe das mal auf dem turnier gemacht ich habe mal auf dem turnier irgendwie 150 orc boys auf die platte geworfen mega anstrengend und mit schachruhe und so alles ätzend aber damit überforderst du halt viele gegner also das ist so die dritte also der die das dritte argument was für es für spam spricht also das erste einfach strong eine armee stellen immer die besten einer das zweite war jetzt dass man es einfach hält und das dritte grund was dafür spricht ist einfach dass man viele viele gegnerische gegner damit überfordert aber jetzt können wir auch gerne mal zur kontra seite kommen das sehe ich nämlich bin ich vielleicht auch mit dabei ja wie gesagt die kontra seite du hast es eigentlich ja gerade auch schon erwähnt für mich natürlich ganz kleinen gegner überfordern ich meine auch im turnier okay aber so wenn du mal irgendwie vernünftig einen schönen abend haben möchtest einen freitagabend und man willst einfach nur eine runde zocken ist das richtige konzept dafür und da ist das ist glaube ich das was ich sage da ist einfach nein die richtige antwort genau und ich rede nicht darüber dann auch mal einheiten zu spielen die gerade wirklich einfach irgendwie nicht gut sind seien wir uns mal ehrlich es gibt immer irgendwelche kodex leichen darum darum geht es auch nicht aber den den gegner zu überfordern oder so und ich sage mal drei redemptoren zu spielen oder so da ist ja auch schon ein hartes brett irgendwie da muss man nicht immer machen man kann auch mal fünf gerade sein lassen und der nächste punkt ich habe auch keinen bock im tag mir alles dreimal zu kaufen ne es ist eine geldfrage das stimmt es ist eine es ist wirklich es ist wirklich eine geldfrage ich meine ich besitze immer noch das habe ich dir letztens irgendwann mal gesagt als wir das thema mal angefangen haben ich besitze trotz dass man das in der neun Edition als spaceman häufig gespielt hat und immer ein gutes konzept war ich besitze bei keiner meiner spaceman kompanien oder orden drei redemptoren immer noch nicht weil mir dann irgendwie ich hatte da ich hatte da kein ich habe da keine lust drauf anstatt mir einen dritten redemptor für meine fists oder so zu kaufen weiß ich nicht brauche ich mir brauche ich mir lieber hole ich mir doch lieber noch mal die 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 radikatoren und bau die von drei auf sechs auf weißt du weißt du wie ich das meine weil es gibt sie jetzt ein fuffi dafür aus und das modell dann dreimal zu haben war das gut ist oder brauchst du dir machst du die armee weiter und brauchst du halt bei sich nicht eine etwas breitere armee auf und hast verschiedene möglichkeiten auch mal figuren zu stellen und da muss ich auch sagen da bin ich glaube ich zu wenig turnierspieler für da bin ich zu viel table top präsenter sage ich jetzt einfach mal denn channel hat und einfach mal so eine variation gerne hat von figur ja ich finde gerade also erstmal also ich bin vollkommen d'accord was du sagst gerade das geld argument ist wirklich ein wichtiger punkt ich nehme mal ein beispiel ich habe tatsächlich 18 schwarmwachen im schrank stehen ja so schwarmwachen waren einfach ja mehrere editionen lang richtig gut also die konnten indirekt schießen richtig hart schießen teilweise doppelt schießen und jetzt sind die so naja also die kann man noch mal mitnehmen in so einem spiel von dem du gerade redest in einem freundschaftsspiel dann sind die okay also da würde ich jetzt nicht sagen die sind total kacke oder so aber die sind also die man kann die noch spielen aber es lohnt sich jetzt überhaupt nicht mehr 18 stück von denen zu spielen ja und so so geht einem das dann im laufe der zeiten wenn man wenn man dieses dieses prinzip verfolgt geht einem das laufend so dass halt immer hat die sachen die halt irgendwann mal geil waren dann wenn die hat mal so semi geil und dann hast du die modelle da und spielst sie nicht mehr genau das nervt also ganz ehrlich dass das ist das ist das ist nämlich ein guter punkt 18 schwarmwachen sind auch gar nicht mal so günstig ich glaube bei gw selber kostet kosten drei stück mit sicherheit über 50 euro ja ich werde das mal in der in erfahrung bringen während du weiterredest ja ich bin nämlich auch schon fast da ja und dann durch gw wird werden mal regeln geändert und dann waren sie sind sehr gute modelle dann auf einmal ja wie du schon sagtest in in spiel wo man wo man mal fünfe gerade sein lässt oder so kann man sie mitnehmen aber auch nur eine einheit auf gar keinen fall 18 ja und in anderen editionen möchte man auf jeden fall 18 spielen weil das die absolut geilste ratten einheit ist überhaupt ja ich habe es rausgekriegt sie kosten 62 50 der trupp das heißt für die 18 legste 375 euro auf den tisch genau das ist schon jetzt ein bisschen bitter dass die jetzt bei mir in der kiste gammeln ja da muss man sich eigentlich mal vergebenwärtigen ja und vielleicht vielleicht bin ich deswegen kein spammer weil ich kein totes kapital rumliegen haben ja okay das verstehe ich also spaß bei leite ich meine dass das da ist natürlich ein wahrer hintergrund dabei das ist ganz klar ist ein sehr hartes beispiel jetzt bei den schwarmwachen es gibt ja mit sicherheit auch noch andere kaliber die man die man jetzt auch noch als beispiel ran nehmen sollte oder könnte ich finde da geht es aber auch wirklich wieder in diesem aspekt in diesen aspekt rein du hättest dir niemals 18 schwarmwachen gekauft wenn du die nicht auf dem turnier hättest spielen wollen genau so sieht es aus so ist es doch ja das ist die powerspirale die ich auch schon mal kurz erwähnt habe wenn man mit einer armee öfters aufs turnier fahren möchte über editionen sogar hinweg wirst du da gar nicht so wirklich drum herum kommen auch mal die 18 schwarmwachen dann im schrank zu stellen zwischendurch die richtigen du willst immer mit du willst du willst du willst ja irgendwo mitspielen können auf dem turnier mit deiner armee da bist du dann halt auch mal gezwungen beim meter veränderung auch mal mitzugehen und die neue einheiten zu kaufen ist so ja und die richtigen hardcore spieler die die rotieren ja dann durch die kaufen sich die armeen und dann werden die wieder vertickt wenn die mal wenn die dann wieder so ein bisschen out sind also so kannst natürlich auch mal noch ein beispiel dazu ich habe zum beispiel für eine turnierliste die ich mal gespielt habe drei landriller achilles das sind ja weißt wo die jetzt sind die landriller achilles im schrank ja weißt du wo die noch sind sag mal in the legends sind die drin ich brech ab rené ja das ist so ätzend also weißt du wovon ich drei modelle habe ja zum beispiel bei meiner turnierarmee bei den world angels da habe ich drei kontentoren mit doppel wolkheit und die sind auch jetzt in der kiste und in the legends drin auch legends oh man das ist einfach so warum tut gewähren ich zum beispiel bei meinen fists lustigerweise ich habe mal 2000 punkte angemalt aktuell sind glaube ich irgendwie 1600 oder 700 ja ein kleiner grund warum ich die eventuell aktuell nicht spiele weil gewähre einfach die die punkte so reduziert hat und ich nicht mehr genug habe und zum beispiel ist halt ein kontentor drin ich gut beim battle report kann man es machen ist ja kein turnier oder so ja aber der kontentor den fand ich so cool mit doppelschweren bolter als im perfis ne jetzt ja fristet er ein dasein in dem er quasi auch legend kannst du dann einfach als dreadnought spielen genau so ist so sind doch glaube ich die gerüchte ne ja ich glaube ja das ist einfach datasheet dreadnought da ist dann auch ironclad und alles mit drin ne ja ja ich hoffe ja dass sie von den space marines von den von den space wolves und von den blood angels die eigentlich so noch spezielle dreadnoughts dass da auch tatsächlich mal so ich sag jetzt noch mal das böse wort primaris variante rauskommt ne ich mein darf man ja gar nicht mehr gibt es ja gar nicht mehr ball ne ja ja primaris wird getilgt aus den geschichtsbüchern genau also ich möchte noch eine darf ich noch eine lanze brechen eine lanze muss ich noch brechen und zwar es gab ja mal eine zeit lang da gab es ja also ein turnierformat das nannte sich as bellica 1250 punkte ne ja das könnte man doch jetzt auch noch mal besprechen ja und darauf hinaus weil ich weiß ja worauf du daraus hinaus möchtest das ist eine sehr schöne sache ja und da ist es halt so gewesen dass man wirklich die rule of one hatte und das waren einfach ich muss ganz wenn ich so rückblickend das so mir angucke meine turnier erfahrung das waren die schönsten turniere die ich jemals hatte waren meine as bellica turnier stop ja wieder 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 britte sagt full stop also punkt ja ich fand das das war auch immer ein sehr schönes format deswegen vielleicht ist das auch deswegen so ein bisschen bei mir so drin dass ich nicht spame weil ich viel as bellica gespielt habe und einfach auch nicht alles dreimal brauchte bis bis auf standard einheiten muss muss man jetzt muss man noch kurz eingrenzen standard einheiten mal nach rausgenommen und transporter zum teil irgendwie konnte man glaube ich wenn man nur ein ein eine möglichkeit hatte für einen transporter dann hat dann durfte es da glaube ich auch mehr weiß ich aber nicht mehr genau ja ja das ist einfach komplett weg dieses format das war ja auch wirklich bei uns fast nur im westen in deutschland hier ansässig und ich fand es sehr entschleunigte sache man konnte das ist mir als sammler sehr entgegen gekommen natürlich hast du dir auch mal eine starke einheit gekauft die in dem as bellica meter gut war natürlich hast du dir einen toll mann dann so eine fette einheit geholt hast du sie einmal geholt ja weil ein zweites mal gar nicht zulässig war ja und irgendwie war das ein guter ansatz aber wir vermissen das beide ich vermisse das sehr und ich sage ich muss auch sagen jetzt so nach vier monaten karten ziehen 10 edition also ob das jetzt oder das finale sein soll was die mission angeht so mittlerweile weiß ich auch nicht mehr also auch selbst die as bellica mission so rückblickend vielleicht habe ich da auch die rosa rote brille auf aber die waren schon besser als das was wir jetzt machen ja ich sag mal wenn wir da noch mal kurz einhaken eigentlich im otec ziehen wir beide gerne karten aber wenn man auf einmal nur noch karten passiert nervt und ein bisschen ist das nicht geil ja ist das nicht geil und ich finde damit kann man einfach mal schließen wir beide die da die da die hat immer in den auch während der komplett kompetitiven neunten edition wo alles mit harten secondaries in der armee im armee aufbau schon quasi festgeschrieben worden ist ne haben wir immer schon noch karten gezockt zwischendurch wir zocken nur noch karten und das geht uns ein bisschen langsam auf den sack ja ist so und wir sind nicht zufriedenzustellen wir sind wir sind so ein nagler einfach ist das nicht schön ja irgendwie ist das doch schön oder auf jeden fall naja lass mal mal so dahin gestellt leute vielen dank fürs zuhören auch dir vielen dank im otec dass du an so einem wunderschönen tag dir noch mal zeit genommen hast und unsere kanalmitglieder sind jetzt auch wahrscheinlich froh dazu wieder am jetzt ja mittwoch futter bekommen haben grüße gehen raus vielen dank für die unterstützung wir hören uns beim nächsten im otec podcast oder wir sehen uns beim nächsten spiel ich wünsche euch noch einen schönen tag auf wiedersehen tschau tschau wir sehen uns beim nächsten spiel